Hallo meine Freunde der Sonne. Weiter geht's mit einer wunderschönen Runde der Halo Wars. So, ich muss kurz hier, äh, die müssen hier, ne, ja wohl, warte mal, wir gehen mal hier zur NRG. Ähm, oh fuck, jetzt hab ich den Quanten nie ausgebildet, früh genug, egal. Ähm, so, das verbessern wir gleich mal. Es wäre natürlich heftig, wenn wir die NRG bekommen. Ähm, hätte natürlich für uns einen großen Vorteil, wenn wir von Anfang an mit so einer extrem heftigen Energie starten. Aber bis jetzt sieht es sehr gut aus, bis jetzt sieht es wirklich gut aus. Die Sammeln auch ein und drei. Die gucke ich immer ganz gerne, solltet ihr auch immer tun, immer gucken auf die Quanten. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Denken sie so, hä, was soll ich denn hier machen, Mensch? Weil hier sammelt zum Beispiel auch nur einer ein, aber egal. Der andere kann die dann beschützen. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Okay, diese der kann jetzt den Rumballern, ist okay. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. So, den werde ich den aber wegschieben. Und den kriege ich mal hier rein, dass der sich wieder hoch heilt. Wir sammeln auch wirklich hier ein. Okay, vielleicht hat er damit gar nicht gerechnet, dass ich so schnell direkt auf die Energie gehe. Gut für mich, schlecht für ihn. Energieextraktor errichtet. Weil ich habe natürlich erst den großen Vorteil, dass ich meine Dinger hier schon verbessert habe, ne? Dann kann man nämlich gleich relativ schnell, aber auch wieder zu spät, mein Guder. Das ist auch schon zu spät, mein Guder. Krass, dass er damit nie gerechnet hat, dass er fertig ist. Das ist krank. Upgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Und das heißt, wir können jetzt den Helden holen. Und wir können uns jetzt danach direkt um die Energy-Fallenzieren. Und halten und zuhören. So, was wir natürlich jetzt erstmal machen, jetzt klein die Basis hier holen. Harvester errichtet. Wir müssen natürlich auch den Vorteil sehr gut benutzen, den wir jetzt haben. Schweigen und zuhören. Pass mal auf, eigentlich so mehr mit dem Quatsch mal anfangen. Auch wenn ich das hier ohne Damage machen könnte, wenn es jetzt mein Helden hätte, aber egal. Es dauert jetzt einfach ein bisschen. Helden ist da. Meine Treue, dann werden wir eine Klemmer. Geschütze bauen. Schweigen und zuhören. Bin unterwegs. Ja, er baut schon. Brücke aus. Ich diene der Sache. Ein reiner Klatsch für mich. Lass mal die Schasse erforscht. Außenposten errichtet. Zu Befehl. Gehen. Es wird geschehen. Geschütz errichtet. Der will auch gut gehen. Der will auch gut gehen. Er wollte auf Busch gehen. Sehr, sehr, sehr gut. Haha. Den Helden schicken wir mal. Nimm das hier mit in den Abgrund. Nimm das hier mit in den Abgrund. Geschütz fertiggestellt. Guck mal, so kriege ich meine Hilfe von Dungeblow sehr schön. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Der natürlich extrem viel, ähm, Energie jetzt verbraten und extrem viel... Vor meiner Stärke werden sie direkt quiechen. Die ganze Zeit neu aus. Extrem viel Energie verbraten. Zitadellen-Upgrade abgeschlossen. Harvester errichtet. Weil er bildet halt immer noch weiter aus, ne? Er bildet halt immer noch gut, wenn es total gescheuert ist, was er hier versucht. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Bunker-Upgrade abgeschlossen. Er bildet halt Eiskalt weiter aus. Das heißt, wir werden jetzt mal... Flammenmaser-Geschosse erwarscht. Sammelbund festgelegt. Meine Wunden sind zahlreich. Weg frei für einen Auserwählten. Rücke vor. Wie der Held keine Chance hat. Wie der Held keine Chance hat. Ein gegnerischer Held am Boden. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Apex errichtet. So... Einmal unterhalten mir Befestigungslevel 1 erforscht. Auch wenn ich sie vielleicht nicht halten kann. Weil ich denke mal, da wird gleich sich... Arvester errichtet. Wir verlieren einen Energieknoten an den Fallen. Aber egal. Geschütz errichtet. Vielleicht kriegen wir die auch gehalten. Wir müssen die halt... ...predet für erweiterten Harvester abgeschossen. ...dass wir wenigstens schon mal geschützt werden. ...predet für erweiterten Extraktor abgeschossen. Vielleicht kriegen wir die da durchaus... ...befestigungslevel 2 erforscht. Vielleicht kriegen wir die da durchgehalten. Mal gucken. So, Held ist auch wieder geheilt. ...upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Luftfahrzeuglevel 1 erforscht. Außenposten errichtet. Jetzt hier machen wir gleich Ausbildung. Feindliche Einheiten! Ich hab sie schon von weit... Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Und ihr nehmt mal bitte hier den Energieknoten an. Warte mal, siehste mal. Habe ich die ganze Zeit vergessen. Hier haben wir nur ein Harvester. Den Harvester haben wir nur vorhin zur Welt. Apex errichtet. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Ich schwöre meine Treue. Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen. Anführerpunkt erhalten. Wir haben Infanterist. Apex errichtet. Upgrade abgeschlossen. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Du das mal hier not. Du das mal not. Das möchte ich nicht. Harvester errichtet. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Lokale Einheiten. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Befrag. Hopp. Hau mal. Da hol' ich jetzt Wunder mal ein Hatzen. Anführerpunkt errichtet. Apex ericht. Geschütz fertiggestellt. Schmeine. Fertiggestellt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Oha. Brücke aus. Begebe mich in Position. Jetzt will mir Orange etwas auf den Sack gehen. Kümmer dich um die Welt. Bild Generalo wird gerade erst gebaut. Das dauert noch ein bisschen leider. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Unsere Basis wird angegriffen. Suche fehlt. Festungsupgrade abgeschlossen. Habe ich leider nicht gesehen. Habe ich leider nicht gesehen. Geil, bauen wir gleich neu. Befestigungslevel 3 erforscht. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Äh Mann. Unsere Basis wird angegriffen. Sammelpunkt festgelegt. Die wollen nicht gelungen werden. Die wollen nicht jetzt gelungen werden. Lokale Einheiten. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Gezogener Lauf erforscht. Achtung. Feindliche Einheiten. Lokale Einheiten. Scheiße. Unsere Basis wird angegriffen. Blisterberg bereit geschlachtet. Blisterberg. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ne, jetzt krieg ich nicht mehr gedefft. Das krieg ich nicht mehr gedefft. Das krieg ich nicht mehr gedefft. Anführer Punkt erhalten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ich krieg ich doch gedefft. Lokale Einheiten. Sammelpunkt festgelegt. Ja, ich bräuchte jetzt ganz 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 schnell. Plasma Torpedo erforscht. Pionierer. Plasma Torpedo. Lokale Einheiten. Okay, damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Lokale Einheiten. Glück frei für einen Außerwäden. Nichts beschädigt. Heil die Base. Geschippsgerichtet. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Was wollen sie von mir? Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Alter. Ich werde von feindlichen Truppen angegriffen. Sofort. Zu Befehl. Wir verlieren einen Energieknoten an den Feind. Geschütz verbessert. Harvester gerechtet. Mann ey. Lokale Einheiten. Drei verfickte Farben greifen mich an. Besser. Mann. Der Feind hat unseren Energieknoten erobert. Ach das ist kacke. Ich will die Base halt wieder haben. Ich will die Base halt wieder haben. Wie sie einfach hier mein Ding stehen lassen. Ich lasse mal ein Blisterberg. Jeder mit dem Trauberhof angespeckt. Blisterberg wird von Bodentruppen angegriffen. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir holen uns direkt den Energieknoten zurück. Und wir werden natürlich jetzt auch noch links stehen. Es wird geschehen. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Ich werde von feindlichen Truppen angegriffen. Einstieg ist bereit. Lokale Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Gegnerischer Held am Boden. Ein gegnerischer Spieler wurde eliminiert. Tja. Selber schuld, ne? Anführerfähigkeit bereit. Alter, ich hasse es. Ich hasse den Kolonie-Helden. Hab ich schon mal gesagt. So ein nerviger Held. Weil der so unfassbar stark ist. Lokale Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Ein. Unsere Verbündeten sind in Gefahr. Sappelpunkt festgelegt. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Luftfahrzeug Level 3 erforscht. Gut, nie. Wollte ich ja nicht sagen. Oder eigentlich dran gleich. Im Krankenerat. Alter, Held. Alter, keine Technologie. Der ist so... Oberpower. Das ist anders. Den geht erstmal nicht genau. Lokale Einheiten. Glück den auch, Null. Dass den 5.000 Armeern durchsetzt wird. Man sieht nicht nur gleich nicht. Es wird geschickt. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Geschütz verbessert. Ich rieche Angst. Der Feind ist hier. Dann nehme ich doch eine Bewehr. Lokale Einheiten. Ihre Kamaden werden ihre Überreste kaum finden. Hey, das muss ich verletzen. Gegnerischer Held am Boden. So, jetzt aber. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Boah, was für ein Game. Meine Herren, ich verlege, dass ich so lange gegen drei Farben bin. Okay, alle aufgeben. Yeah, Tobis hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, dann nochmal ganz kurz hier gucken. Gut, ein 23er hatten die. Das ist natürlich sehr gemein. Ich habe übrigens zweimal 100% verloren. Das ist nämlich sehr geil. Ich hatte vorhin zweimal Level 2er bei mir drin. Also ein Level 2er und Level 3er. Und wenn man dann rausgeht, verliert man einfach mal einfach so 100%. Das hätten die ein bisschen besser machen können. Aber gut, ist halt so. Ja, ich sage mal, ich habe mich sehr, sehr gut gehalten. Dunkelblau war gar nicht so aktiv. 23 zerstörte Einheiten. Der war so, ja. Der war halt da, aber der hat nicht wirklich viel was gemacht. Krass. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und tschüss. Bis dann.